Hallo, it's me. Das ist mal was anderes hier. Bin gespannt, ey. Maximilian Adriana. Cool. Was hält denn? Also ich glaube, ich habe fast nichts. Carlos wäre ansichtlich schlecht. Ja gut, bin mal... Wow, interessant, ey. Also, Doman nervt mich jetzt. Da hätte ich mir was Cooleres gewünscht, als den Doman jetzt da rein zu hauen. Aber okay. Let's see. Let's see. Okay. Boom. Okay. Krittet den sogar, merke ich gerade. Krass. Ja, stark, Alter. Wer hat mir nochmal Carlos vorgeschlagen gegen Sonja? Kann mir das mal... Wer kommt mal aus eurem Loch raus? Kompletter Bullshit. Kompletter Bullshit. Ach ja. Danke dafür, ey. Das ist so funny, Alter. Glanz bei mir andauernd. Aber ich glaube, das hat irgendwas mit der Attack zu tun, ne? Glaube, ja. Let's go, Glanz. Pow. Ne, doch nicht. Doman, Alter. Ja, jetzt wird Spaß. Doman ist so eine Lachnummer. Stun. Oh. Ne, ich mach hier einen Pushback. Okay, oder auch nicht. Wird hier auf Vio gebaut? Ich mein ja, oder? Weiß aber nicht. Geht hier auf Carlos. Das ist gut. Das ist nämlich gut. Also das ist jetzt gut, weil abgelenkt wird, so ein bisschen. Wir gehen safe hier. Dann kann sie wenigstens nicht diesen Scheiß da machen. Ich geh safe hier. Weil der Rest interessiert mich nicht. So. Ja. Ja, ja. Na ja. War jetzt nicht so geil, aber war auch nicht kacke. Hatte ich... Ah ne, Chandra wollte ich mal wieder mehr spielen. Genau. Chandra wollte ich mal wieder mehr spielen. wenn mir Vanessa weggepickt wird. Das ist nur doof wegen Deathbreak. Da muss ich ein bisschen drauf achten. Aber, okay. Oh Gott! Das ist kackvieh, Alter! Das wird ein Spaß gegen Juliane. Aber, na ja. Also was ich merke, das hat man so C2 nicht so stark. Die Julians sind alle hier. Sind nicht so hoch, aber auch nicht so... Weißt du, was ich meine? Ist interessant. Das ist interessant. Ah, wir schauen einfach mal. Wie gesagt, vielleicht tut Kinky mal wieder was machen. So, keine Ahnung. Den habe ich jetzt auch wegen Deathbreak, ne? Den da. Weil der einen konstanteren Deathbreak hat, würde ich sagen. Wer ist dran? Der da. Okay. Widerstanden. Das ist gut. Kann ich den nämlich hangen? Vielleicht kriegen wir einen Stun irgendwo. Naja, auf dem Falschen. Oh, komplett Falsch. Können wir hier einen Deathbreak? Ja, geil. Okay, geil. Killed it? Gut. Ah, Pushy Becky? Schade. Kriegen wir hier einen Stun? Nice. Deathbreak? Schade. Ah, die sind so squishy oder macht mein Kinky einfach so viel Schaden? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Hä? What? Der nicht gekrittet, oder? Deathbreak? Fine. Uh. Uh. Ich glaube, wir werden hier auf Parteria heute mal verzichten, tatsächlich. Ich werde die Sonja bannen. Darauf gehe ich jetzt aktuell. Ja, darauf gehe ich jetzt aktuell, dass ich die Sonja banne. Vielleicht Parteria noch. Ich weiß es nicht. Monkey? Miles. Das Problem ist dieser Deathbreak. Vielleicht sollte ich mir echt nochmal eine Anavel bauen. Deathbreak ist drin, aber der Schaden von meinen Dings ist nicht gut. Also, ich muss da schon auch auf Juno und so hoffen. Und ich habe Respekt vor dem da. In der Kombination mit Miles sowieso. Ne, also, vor allem auch mit Adriana. Adriana ist auch so strong, Alter. Eine Runde. Zwei Runden Attack. Zwei Runden Speed. Zwei Runden Dings, Alter. Wie lange... Was ist das, ey? Das... Was ist das, ey? Na, ist schon... Ist schon krass. Das ist schon krass, finde ich. Aber okay. Hey, wie tanky ist der? Tanky ist dieser Monkey, ey. Okay, der macht aber auch nicht viel Schaden, ne? Muss man halt auch sagen. Muss man ja halt auch sagen. Schade. Okay. Ja, Juno kommt danach dran, also... Oh, er macht es nicht. Ah, der Silence. Kacki. Ist er ready? Ist er ready mit dem zweiten? Schon wieder? Ja. Okay. Probe auf Miles vielleicht? Auf Monkey. Okay. Kann das Juno regeln hier? Okay. Stun? Schade. Ablinkzeit? Schade. Stun? Please. Ah, ich hasse Miles. I hate Miles. Pembrock, schade. Stun it, please. Können wir nochmal... Deathbreak? Schade. Stun, please. Ein Pushback, reicht aber nicht. Okay, sie ist dead. Jetzt geht die Eskalation durch. Ja, ich sag das. Jetzt geht die Eskalation los. Ach ja. Okay. Vorteil für mich, der hat keinen richtigen Heal. Er muss jetzt buffen, eventuell. Nee, will... Jetzt vielleicht? Oder er will erst... Ja, nee, jetzt geht er auf Silence. Okay, wieder. Kriegen wir den weg? Wenn der weg ist, haben wir gewonnen. Oh, die hat einen Heal auf dem ersten. Den musst du ja auch machen. Okay, dann ist der dead. Hä? Ich wäre sowas von auf den Heal gegangen. Holy shit. Hä? Heal ist das Einzige, was er hätte retten können. Aber okay. Das war's, oder? Das war's ja schon. Waren schon drei Runden? Waren das schon drei Runden? Warte mal. Ah, waren schon drei Runden. Gut, dann bin ich durch. Ich bin eigentlich für die Schöneleut. Ich hoffe, wir haben einen geniehen Tag. Achso, Runen zeigen. Ich zeige es dir hier und da mal, ja. Ich vergesse es irgendwie für jeden... Wir haben ein paar Athea gesehen. Da hat sich nichts geändert. Speed, Crit, Schaden, HP. Also das sieht man hier und da immer mal mit den Artefakten. Hay Gang sieht man immer. Speed, HP, ACC. Mit diesen Ründchen und das und das. Dann haben wir... Alter, 11 Minuten gerade mal? Ja, dann können wir mal ein paar Runden zeigen. Hier ist der Kinky mit den Artefakten. Und auf Attack, HP, HP. Die Vanessa, ich glaube, die habe ich heute schon gezeigt. Speed, Crit, Rate, HP. Mit diesen und diesen Artefakt. Chongpong haben wir nicht gesehen. Abelio, HP, Crit, Rate, Death. Mit diesen Artefakten hier. Der Ogre, den haben wir safe gesehen. Speed, HP, HP. Mit diesen Artefakten hier ein bisschen reduced. Und hier halt das da. Die Juno ist auf Qual, Rache. Auf Speed, Crit, Rate, HP. Mit Add-Damage-Artefakten halt. Chandra haben wir heute einmal gesehen. Ist auf Speed, Crit, Rate, HP. Mit diesen Artefakten und diesen Stats. Ja, den haben wir nicht wirklich gesehen. Aber ich wollte ihn picken. Speed, Crit, Rate, HP. Carlos haben wir gesehen. Der ist auf WAM. Klinge, Attack, Crit, Schaden, Attack. Nicht die besten. Ich wollte ihn eigentlich nur mal testen. Aber ja, funktioniert super. Ich glaube, das war es. Ich glaube, das sind die, die wir heute gesehen haben. Ich glaube, ich wollte nochmal Leo picken. Gut, okay. Dann bin ich durch. Ich bin eigentlich für die Zuschauer, Leute. Ich hoffe, wir haben einen annehmen Tag. Haut rein. Tschüss.